Okay, egal eine Armbrust, Belagerung oder AK, also ich kann entweder die Armbrust oder die AK nehmen, ja, ich würde eher die AK jetzt nehmen, wegen mehr Munition, andersrum hätte ich aber schon wieder Bock, weil die AK ist halt wie so eine Schrotflinte, ne, wie schießt die denn, ich gucke. Geh wieder rein, geh rein! Okay, der ist direkt tot, dann nehme ich die Armbrust, nochmal eine Armbrust weiter, boah, Heddy, Alter, zack, easy, ne Schrotpistole, ich wollte eigentlich nur noch einen Schatz holen. Ach, das war schon vor der Munition, ja? Wer lebt immer noch? WTF? Wie oft muss ich denen noch einen Schädel an? Oder ist der M4? Wow, äh, M4 nehmen? Oder besser? Achso, die liegt da an dem... Ist der andere jetzt tot, endlich? Ich glaube schon. Okay, wir haben kurz Zeit. Schau mal nach hier. Schau mal nach hier. Armbrust, AK. Kein Schatz. Da oben auf der Hütte ist auch kein Schatz, da auch nicht, da auch nicht. Alles klar, hier drin war auch nichts Schatztechnisches. Okay. Gut, dann nehmen wir mal langsam aber sicher vorwärts. Was? Alter, was? Deckung. Miese Geier, ey. Du kannst siggen, fahrrad. Du kannst du auch probieren. Du kannst was machen, das ist wohl der ganze Zeit. Du kannst dich jetzt doch reden. Du kannst es darum packen. Du kannst dich holen. Du kannst differenzen nehmen. Du kannst ihn dafür versetzen. Wo ist die Granate? Ich will die Granate haben. Der hat die Granate. Aber ich denke mal, ich muss jetzt die AK nehmen, weil für die MV kriege ich keine Munition mehr. Nur wenig. Okay. Da ist kein Schatz. Kein Schatz hier in dem Puff. Hallo? Bubute! Bubute! Aber da oben ist ne MG. Da hinten leuchtet wird. Aber ich glaube, das ist eher ne Granate oder so. Der hat glaube ich nicht gereicht. Der hat nur Feuer in mir, du! Da muss ich eigentlich auch mal gucken, ob da die Schatz geht. Oder nicht? Oh, nein! Ah, nein! ja das ding ist jetzt ich weiß nicht wie weit ich vorgehen kann ohne in so ein video rein zu damit ich nicht mehr zurück kann weil ich denke halt dass da vorne schatz liegt jetzt gesehen von da unten ich bin dann noch das hier vielleicht gar kein Schatz ist dann haben wir hier oben, hier haben wir noch eine Granate Marm Junge Richtig nicht mit mir an Oh so jetzt steht ne alte Verband da gibt's ne Panzerfaust oder was Ich geh erstmal nochmal nach unten hier in den Räumen mal nachgucken da ist ne Armpust ne Pistole Granate und ne AK Dann gehen wir nur auf der Seite Pistole Verwundete ne AK, ne AK, ok alles klar hier sind keine Schätze zack oh nachladen, scheiße lol nur noch Kopfschüsse, jawoll was bin ich was bin ich ich stehe aber meine eigene Granate du scheiße ja ist klar wer verpisst sich denn da die ganze Zeit hinter der Deckung Spack stell dich in Kämpfe sagt er aber er ist derjenige der sich die ganze Zeit verpisst ok aber was haben wir hier hier haben wir nichts ich weiß nicht ob ich da vorne vielleicht die die Panzerfaust aufheben sollte und er ist der Grunde desartiedel also oh wo 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 äh da halten das ist ein dicker Typ ne äh äh keine gute Idee lass mich da weg tänzen blockt der mich total jetzt hat er ich hab ich denn seinen scheiß gut im Gesicht wo kommen denn hier immer neue Gegner Munition besorgen dann gehen wir mal vorwärts hier da nehmen wir die naja komm wir nehmen die AK weiter hin ich hab hier gerade noch Munition gesehen da ist noch da ist noch da ist noch da ist hier AK da kann ich nicht hoch ich muss sie weg da ist noch da ist noch da bin ich hier da bin ich nicht weg Ach so, da ist wieder einer von uns hier. Ich finde da irgendwie ein bisschen komisch, wieviel Schuss sie brauchen, um zu sterben. Also wieviel Schuss ich auf die schießen muss, damit die mal in die drauf gehen. Hier in der Deckung sind die so Schätze. Da kann ich nicht hoch. Dachte ich erst an so einem Seil hochgehen, aber... Du ist ja Dicke. Wen schießt du? Oh shit! Oh shit! Woah, 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 woah! Weiter! Äh, der liegt noch! Wegdeckung! Ach, da oben ist der Tybue. Wir werden sehen! Ja, haben wir ihn jetzt! Lass das Ding fallen, ey! Das ist kein Spielzeug! Moment! Ne, da, empfohlen, ich wollte die empfohlen haben Und da lag noch Munition Ah So! Mastig Ballerei wieder Aber im Großen Ganzen ist er trotzdem noch fett Da ist noch mal Munition Da ist ne Panzerfaust, ich weiß nicht Woah, woah, woah Stirk du Mistzao, Alter! Was für den denn ein? War er sich hier versteckt und trifft mir eine Granate vor die Füße Alte, miese, kleine Pestbacke So, ich hab hier im gesamten Fight nirgends, wo Ähm Nen Schatz gefunden Was ich komisch find, irgendwie Sie sind ganz schön aggressiv, die Schweinehunde So, Kollege, was machst du denn, wenn ich da hochkomme, hä? Hä, willst du nochmal eine Granate? Zack Judas, ey Ah, ne, ist nur ein Fenster Da blinkt wird und ich kann doch nicht aufheben Moment, nein, ich muss mal eben kurz muten Denn ich hab übel zu frosch im Hals So, jetzt geht ab hier Okay, Bob, geht ab Okay, wo sind die Feinde? Da sind die Feinde Erstmal Lage checken Ich hab gedacht, ich kann da langlaufen So Ich wollte unbedingt das Ding nach schießen So, jetzt holen wir mal hier die Linksknarre Auf der Seite Weg mit dir Okay Ich kann da vorne auch noch runter Also da in das Haus rein Ach, guck mal an Oh shit Geh mal hier rein Ist hier ein Schatz oder so? Nein, aber hier ist ein Jetzt gibt es ein Batsamba Jetzt gibt es ein Batsamba Ich mag es ein Mini-Ganz Was ist hier ein Schatz? Da ist ein Schatz, ich versuche es Tatsache Ich war der Meinung, ich hab was gesehen im Augenwinkel Und dem war sogar so Achso, das ist Tenzin Will ich ja nicht über den Haufen ballern Aber ein Schatz in dem großen Gebiet hier Kann ich mir nicht wirklich vorstellen Zack Läge dich nicht mit mir an Ich hab eine fette Fette Knarre Die ist dreimal fetter wie deine Warte Nein, ich will nicht Ich will die dicke Knarre haben Wo ist sie? Weiße Das war Glück, Junge Ich hab damit nicht gerichtet So, Junge Was ist das jetzt hier, hä? Wer hat die fetten Eier, hä? Ja Munition Munition Scheiße ist das, der die Knarre immer wegwirft Gebt mir jetzt schon noch einen Sack Aber okay Wo ist der Typ? Da war's meine Mutter Ja, links Da waren noch welche? Ich hab gedacht, da waren alle Die ich da von der Seite kriege Ja gut, lassen wir das mit der Knarre Das ist ne Spielerei Muss ich den Schatz wieder aufheben? Nein Eh, hallo? Schieß den ab, Junge ich glaube nicht ich glaube auch nicht Junge bist du ein mongo Junge so jetzt aber komm her ihr Penisse mach euch alle kaputt was siehst du und wo können die denn... Alter von der Seite schießen die so krass auf den Dämmen äh what? gib den Alter warum die sich denn... der ist ja fast schon wieder wie im Bett empfiehlt ach da unten nachladen los geht Alter ich mach dich gleich alle Junge